willkommen zurück im jahr 2018 diesmal ich hoffe ihr habt alles über gut überstanden und seit gut rein gerutscht ich wünsche allen die es sehen überhaupt allen alles erdenklich gute fürs neue jahr dass alle eure ziele wünschen erfüllung gehen und heute habe ich schnelles opening vor ich habe noch 13 schlüssel und noch ein paar kisten die wir einfach machen und danach ist das ding auch schon wieder durch von anja ich habe eine kiste davon mein es gibt ein aufkleber wie sollte es anders sein zucker lackiert jetzt machen wir hier die geschwindigkeit ist noch drei stück machen wir auf komischer fisch sein komischer aufkleber ein komisches auto geht schon ich hoffe ihr habt heute nicht alle ein zu sehr dicken kopf von gestern also kräftig gefeiert haben so jetzt geschwindigkeit und dann noch die restliche schlüsseln die weihnachtskisten noch auf gucken vielleicht kann ich auch noch was hochtauschen genau ich habe es noch ein paar weihnachtskisten 20 stück machen wir noch einen auf vielleicht kommt da mal was schönes raus so was wieder weihnachtsbaum ich habe natürlich jetzt komische farbe alles in rot sieht man es natürlich nicht richtig aber ich denke ihr wisst mittlerweile wie die ganzen aufgrippe aussehen das coole rentier noch mal das coole rentier zertifiziert braucht niemand dreimal hintereinander das rentier also was soll man davon halten noch mal zertifiziert da muss ja noch mal ein kracher kam ja winterstuhl ja nicht so schön gefällt mir nicht die spur der klang gefällt mir nicht ob die ich sie nicht schlecht aus aber die nervt mich ich angelegt habe ich damit spiel weihnachtsbaum jawohl drei kisten die kaltfront für mentis zwei schlüssel noch kisten sind es noch ein paar mehr ich glaube bis auf eins wird alles auf clever das letzte aber noch mal so das war es schlüssel sind alle jetzt schauen wir mal schnell wenn die opa niemand die kalt freund braucht niemand da ich muss das mal hoch lackierte pfefferminz oder jetzt sagen das ist orange gelb das war jetzt nicht so schlecht ich habe noch was zusammen wenn du spiel eigentlich nie ich glaube der wolf ist schöner wie jetzt einfach mal mit flammen soll man noch die weihnachtsbäume die lackierten gebe ich definitiv nicht hier die sind nicht ganz schick sind denn jetzt die pfeffi sind die pfefferminz orange ja ist okay wenn wir das nur bloß ein paar schlüssel hatten wir noch was dann soll es das auch schon wieder gewesen sein flammen flammen dann kann ich immer was gut ja dann war es das wünsche euch viel erfolg viel spaß und danke fürs reinschauen bis bald ciao